Ein königliches Kind mit gewichtigen Namen. Die kleine britische Prinzessin heißt Charlotte Elizabeth Diana. Das gibt der Kensington-Palast in London gut zwei Tage nach der Präsentation des Kindes durch die stolzen Eltern Kate und William bekannt. 103 Salutschüsse werden in der britischen Hauptstadt abgefeuert, um die Ankunft der Prinzessin zu feiern. Offiziell heißt das Baby nunmehr ihre königliche Hoheit, Prinzessin Charlotte von Cambridge. Die Kleine ist Nummer vier in der Thronfolge auf Uroma Queen Elizabeth II. Ganz vorne steht Charlottes Opa Prinz Charles, dem zu Ehren sie wohl ihren ersten Namen trägt. Dann kommen ihr Papa William und ihr großer Bruder Prinz George. Der zweite Name des Kindes, Elizabeth, erinnert natürlich an die Königin und der dritte an Charlottes legendäre Großmutter Diana. Die einstige Prinzessin der Herzen starb 1997 bei einem Autounfall in Paris. Auch ihr Name lebt nun weiter in Charlotte Elizabeth Diana.